Ja und herzlich willkommen zu meiner Meinung zu Pong Nummer 2. Da ich schon mal einer auf der hier veröffentlicht habe gekommen, ist meine zweite Meinung, weil ich finde, es ist wichtig, dass man, wenn man eine Meinung hatte und eine andere Meinung jetzt hat, dass man die Verbesserung eingebt. Zum Beispiel meine Verbesserung finde ich jetzt an Pong. Ich habe meinen Kanal mehrfach beobachtet, ich schaue die Videos jetzt auch gerne und ich habe bemerkt, es entwickelt sich in eine ganz andere Richtung. Ich bemerke zwar nicht die Kombi-Sache, die sie da sagen, aber ich bemerke, dieser Kanal bewegt sich in eine Richtung, die für junge Leute auch mehr da ist und die eine lustige Art hat und eine schöne Art. Also, den Kanal Pong kann ich euch jetzt nur empfehlen, also das ist meine neue Meinung dazu und schreibt mir eure Meinung dazu in den Kommentaren. Ich freue mich jetzt schon auf eure Kommentare, bis zum nächsten Video, ihr wisst Bescheid, wenn euch dieses Video natürlich gefallen hat, dann lasst einen Daumen da oder einen Kommentar, wie gesagt, einen Daumen hoch, Abo, verlinkt dieses Video.